Hallo, hier ist euer Friede Kado und ich heiße euch herzlich willkommen zum LMG-Projekt. Das ist die Abkürzung für Lead My Gameplay. Was es genau bedeutet, erklärt euch jetzt Lord TotalP. Hallo, da bin ich. MoneyLP. Oh, diese Effekte hier. Ja, ihr fragt euch zu Recht, was wollen diese drei komischen Typen hier im Video. Ich kann euch das ganz kurz erklären. Wir drei machen hier auf diesem Server ein Minecraft Let's Play. Aber nicht alle zusammen, weil das gab es ja schon, sondern jeder für sich spielt auf dieser gleichen Map nacheinander. Das heißt, wir nehmen nicht alle gleichzeitig auf, sondern immer eine Folge nach dem anderen, jeder für sich. Das Besondere dabei ist, in diesem netten Häuschen mit dem roten Vorhang befindet sich eine Aufgabe. Die Person, die also aufnimmt, kriegt von der Person, die vorher dran war, eine Aufgabe gestellt, die man in der entsprechenden Aufnahme, in der Folge erfüllen muss. Dabei handelt es sich jetzt nicht um Aufgaben in Minecraft, also wie Fünde 50 Goldblöcke oder so. Nee, sondern es sind Aufgaben im echten Leben. Also zum Beispiel sag 50 mal Bananenmehl in deiner Aufnahme oder was auch immer. Mir fällt gerade nichts ein. Solche Sachen werden also hier gefordert von uns. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Oh, es ist mein Partner, sorry. Nein, okay. Und wegen den Videos, es kommt von jedem von uns einmal in der Woche ein Video. Fili Kado ist am Montag dran. Das heißt, am besten solltet ihr uns alle abonnieren. Also am Montag kommt Fili Kado dran, am Mittwoch bin ich und am Freitag ist Lord Tore LP dran. Und wenn ich zum Beispiel zum Mittwoch dran war, dann überlege ich mir am Ende der Folge jetzt eine Aufgabe für Lord Tore LP. Und die muss er dann am Freitag in seiner Aufnahme halt machen. Er überlegt sich dann wieder eine andere für Montag für Fili Kado und dann geht das halt immer so weiter. Das heißt, bei jedem von uns wird einmal in der Woche ein Video kommen. Das ist korrekt, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich würde klatschen, wenn ich könnte. Hier Applaus einflügen. Äh, flügen, genau. Flügen. Also, würde ich sagen, geht ihr am besten mal auf den Kanal von Fili Kado's World und wartet da gemeinsam mit ihm auf Montag vor dieser wunderschönen roten Wand. Und wir sehen uns am Freitag, beziehungsweise Manni seht ihr am Mittwoch wieder. Genau. Tschüss. Tschüss Manni. Ich gehe auch. Bye, bye, ciao. Geht's nach Cipukkastan. Oh, wir treffen uns ja wieder. Hallo. Hallo. Ja.